Schmerz kann auf verschiedenen Arten im Körper entstehen. Die häufigste Art ist, durch eine Gewebeschädigung werden sogenannte Schmerzrezeptoren aktiviert. Das heißt, es wird Gewebe geschädigt und diese Schmerzrezeptoren werden dadurch aktiviert. Es wird ein Signal über Nervenfasern primär zum Rückenmark geschickt. Dort wird der Schmerz umgeschaltet, teilweise moduliert und dann über aufsteigende Bahnen zum Gehirn weitergeleitet. Auch auf diesen aufsteigenden Bahnen gibt es modulierende Prozesse. Das heißt, es wird der Schmerz meistens eher gefiltert, etwas gehemmt und wird dann im Zentralnervensystem, im Gehirn, in speziellen Regionen wahrgenommen. Also dort kann man dann sagen, wo tut es weh, wie tut es weh, wie lange tut es weh. Während dieser Schmerzentstehung werden aber auch über gewisse Zentren absteigende, hemmende Bahnen aktiviert. Das heißt, der Körper aktiviert seine körpereigene Schmerzhemmung, um den Schmerz vor allem im Bereich des Rückenmarks auch selbst hemmen zu können bzw. zu filtern. Die Schmerzwahrnehmung ist im Körper teilweise sehr unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie viele Schmerzrezeptoren wo vorhanden sind und auf was diese Schmerzrezeptoren auch reagieren können. Also in der Haut zum Beispiel, das wichtigste Organ, um Schäden von außen wahrzunehmen, gibt es sehr dicht Schmerzrezeptoren und diese Rezeptoren können auf alles reagieren. Das heißt, sie können auf Temperatur, Hitze und Kälte reagieren. Sie können auf mechanische Reize reagieren. Sie können auch auf chemische Reize reagieren. Ein bisschen anders ist es in den Organen, die tiefer liegen. Das können die Eingeweide sein oder eben auch die Lunge. Da gibt es viel weniger oder gar keine Schmerzrezeptoren. Und zum Beispiel, wenn man die Gallenblase oder auch die Niere, die Hohlorgane der Niere hernimmt, dort gibt es vor allem Mechanorezeptoren. Mechanorezeptoren heißt, sie reagieren auf jeden Dehnungsreiz. Und es ist ja bekannt, dass zum Beispiel ein Verschluss der Gallenwege durch Gallensteine oder der nierenableitenden Wege durch Nierensteine so koligartige Schmerzen machen können. Und koligartige Schmerzen sind so ziemlich die stärksten Schmerzen, die von Patienten beschrieben werden. Aber dazu bedarf es eben dieser Mechanorezeptoren. Alles andere, was sich verändert in diesen Eingeweide, wird nur als leichter Druck wahrgenommen und sehr diffus. Und Patienten können dann gar nicht genau sagen, wo es wirklich genau wehtut. Und wenn es zu einer koligartigen Schmerzsymptomatik kommt, das können die Patienten dann sehr genau beschreiben. Für die Diagnostik, vor allem für den Arzt, ist die genaue Schmerzbeschreibung sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn es Schmerzen aus den Eingeweiden sind, wie der der Viszerale-Schmerz, dort gibt es relativ wenige Schmerzrezeptoren und alles wird sehr diffus dargestellt. Interessant ist, dass die Schmerzfasern, die aus dem Eingeweide kommen, oft an der gleichen Stelle in der Wirbelsäule, im Rückenmark umgeschaltet werden, wie Nervenfasern, die zum Beispiel von der Haut kommen. Und so entsteht zum Beispiel das Phänomen eines übertragenen Schmerzes. Also Schmerzen, die aus der Gallenblase stammen, werden projiziert auf die Schulter zum Beispiel. Oder Schmerzen vom Zwerchfell werden auch in die Schultern projiziert. Oder ganz bekannt ist ja zum Beispiel die Symptomatik von Herzinfarkt. Auch vom Herz gibt es relativ wenige Schmerzrezeptoren, aber der übertragene Schmerz, der sogenannte übertragene Schmerz, wird vor allem im linken Arm oder in der linken Schulter wahrgenommen. Ein bisschen davon unterscheiden muss man auch noch die projizierten Schmerzen. Das sind eher, oder ausstrahlende Schmerzen, das sind Schmerzen, die eigentlich im Bereich der Wirbelsäule vor allem entstehen, aber durch eine Reizung der Nervenwurzel werden sie so ausstrahlend, zum Beispiel in den Beinen wahrgenommen. Und da spricht man dann von radikulären oder Wurzelschmerzen oder projizierten Schmerzen.